Mit dem 10. Sieg im 10. Spiel haben Schwedens NHL-Stars die Schweizer Eishockey-Überflieger gestoppt und sich erneut zum Weltmeister gekrönt. Die TRE-Kronor setzten sich im Finale der WM in Dänemark gegen den Außenseiter mit 3 zu 2, 1 zu 1, 1 zu 1, 0 zu 0, 0 zu 0, 1 zu 0, nach Penalty schießen durch und holten sich zum elften Mal Gold. Die Eidgenossen, die sensationell Finnland und Kanada ausgeschaltet hatten, mussten sich wie 2013 mit Silber begnügen. Vor fünf Jahren in Stockholm hatten die Schweden mit 5 zu 1 triumphiert. In Kopenhagen wiederholten die Skandinavier zudem den Erfolg des Vorjahres in Köln, als sie Kanada mit 2 zu 1 ebenfalls nach Penalty schießen besiegt hatten. Philipp Forsberg verwandelte den entscheidenden Penalty. Rekord-Olympiasieger Kanada ging zum ersten Mal seit vier Jahren leer aus. Das Team um den NHL-Score-König Conor McDavid unterlag im Spiel um Platz 3 den USA mit 1 zu 4, 0 zu 0, 1 zu 1, 0 zu 3 und blieb nach zweimal Gold und einmal Silber ohne Medaille. Die Amerikaner um ihren Star-Stürmer Patrick Kane gewannen zum dritten Mal in sechs Jahren Bronze. Geoni lässt Schweden verzweifeln. Die Schweizer mit fünf Finalisten von 2013 begannen nach ihren 3 zu 2 Coups im Viertel- und Halbfinale mit sehr viel Selbstvertrauen und hatten zunächst die besseren Torchancen. Erst nach etwa zehn Minuten kam der Favorit besser ins Spiel. Dennoch gelang den Eidgenossen, mit acht NHL-Profis vom Boulevard zur besten Nati aller Zeiten, gekürt, durch einen Junida-Reiter vor 12.490 Zuschauern in der ausverkauften Royal Arena die Führung, 17. Gustav Nyqvist glich allerdings fast postwendend aus 18. Timo Mayer nutzte im Powerplay einen Wechselfehler der Schweden zum 2 zu 1, 24. Die TRE-Kronor antworteten mit wütenden Angriffen und bauten enormen Druck auf Torhüter Leonardo Gennoni geriet immer mehr unter Beschuss. Beim Ausgleich durch Mika Zibanejad in Überzahl war der 30-Jährige vom SC Bern machtlos, 35. Im Schlussabschnitt setzten sich die Skandinavier immer wieder im Schweizer Drittel fest. Doch der erneut überragende Gennoni brachte sie mit zahlreichen starken Paraden zur Verzweiflung und half dem Team von Trainer Patrick Fischer, vier Minuten in Unterzahl unbeschadet zu überstehen. In der Overtime hatten die Schweizer Glück, als Adam Lasson zwei Sekunden vor Schluss den Pfosten traf. Am Nachmittag hatte Chris Kreider das US-Team, das im Halbfinale mit 0 zu 6 am Titelverteidiger Schweden gescheitert war, in Überzahl in Führung gebracht, 26. Marc-Edouard Vlasic glich vor 12.111 Besuchern für die Kanadier aus, 39. Für die Entscheidung sorgte Nick Bonino im Powerplay, 54. auf Zuspiel von Kane, der mit 20 Punkten seine Führung in der WM-Skorer-Liste ausbaute. Als Kanada alles auf eine Karte setzte und Torhüter Curtis McElhinie zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatte, erhöhten Anders Lee 58. und Kaida 59. auf 4 zu 1. Schweden, Schweiz 3 zu 2, 1 zu 1, 1 zu 1, 0 zu 0, 0 zu 0, 1 zu 0, n. P, Tore, 0 zu 1, Niederreiter, 16.38, 1 zu 1, Nüqvist, 17.54, 1 zu 2, Maier, 23.13, 2 zu 2, Zibanejad, 34.53, Forsberg, Penalty, Zuschauer, 12.490. Strafminuten, Schweden, 4 Schweiz, 10. Strafminuten